Was ist TWRP und wie benutze ich es? Ein kleines Infovideo. Um TWRP überhaupt auf das Gerät zu bekommen, müssen wir in den Fastboot-Modus gehen. Beim OnePlus One geht es, indem man lauter drückt und die Power-Taste, wobei das bei anderen Geräten leider komplett verschieden ist, das heißt man muss einfach danach googeln, wie die Tastenkombination ist. Das Gerät wird neu starten, beziehungsweise wird beim nächsten Start dann sofort in den Fastboot-Modus gehen und es schaut beim OnePlus One so aus, bei anderen Geräten kann es aber wiederum anders ausschauen. Gut, wenn wir das nun haben und das mit USB verbunden haben, können wir an den PC oder Mac. Zuerst einmal brauchen wir TWRP, müssen das herunterladen, dazu gehen wir auf Chrome und auf die Seite. Nun können wir Bacon eingeben, das ist der Codename des Geräts und downloadet der newest Image-File. Nun können wir die neueste herunterladen und wir haben aber dann die Datei schon, zumindest ich habe sie schon. Nun geben wir ein in Fastboot, Fastboot, OEM Unlock, das wird den Bootler oder den Sperren löscht, aber alle eure Daten. Doch das ist Voraussetzung, damit ihr das nun machen könnt. Dann gehen wir auf Fastboot, Flash, Recovery und ziehen einfach diese Image-Datei rein. Bestätigen wir, nun flasht alles. Jetzt geben wir ein Fastboot, Reboot und das Gerät wird neu starten. Danach einfach ausschalten und weitermachen. Nun ist das Gerät ausgeschaltet und wir gehen auf Leiser und Power-Taste, bei meinem Fall. Bei Geräten kann das wieder anders sein. In meinem Fall muss ich dann die Power-Taste loslassen, sonst startet es sich die ganze Zeit wieder. Und irgendwann kommt im besten Fall Team Win, genau und jetzt nehmen wir ein Recovery. So, so schaut das Ganze aus. Wir haben hier Install, Wipe, Backup, Restore, Mount, Settings, Advanced und Reboot. Wir gehen nun auf Install und wir haben ganz oben hier die Version, die Uhrzeit, den Akku und die Temperatur der CPU. Wir können hier internen Speicher oder externen Speicher auswählen, falls wir hier eine Micro-SD-Card zum Beispiel angeschlossen haben. Geht auch mit externen Card-Readern. Und hier können wir die Verzeichnisse durchsuchen. Am ersten werdet ihr die SD-Card brauchen. Das ist auch eine virtuelle SD-Card am Gerät. Und hier haben wir zum Beispiel Sun-Delta und hier haben wir ein paar Zip-Dorteine, die wir flashen könnten. Und wir gehen einfach mal auf Franco. Wir haben hier dann die Informationen. Wir können hier mehr Zips hinzufügen oder die Zip-Warteschlange, wo maximal 10 eben geflasht werden können. Wir können das löschen und hier können wir swipen, um es zu flashen. Und wir haben es erfolgreich geflasht. Können dann wieder zurückgehen. Gehen wir wieder auf Install. Wir können unten eine Information anzeigen. Genau so. Ist halt interessant, wenn man halt die Log-Dateien sehen will, ob das funktioniert hat. So, jetzt muss ich noch ein wenig wegbekommen. Jetzt, nein. Wir können unten die Dateien sortieren und hier können wir auf Images gehen. Hier können wir Boot- oder Recovery-Images flashen. Das sind die einzigen zwei, die wir flashen können. So können wir auch zum Beispiel TWRP auch aktualisieren, wenn wir gerade keinen PC zur Hand haben. Wenn ihr nur die Datei sozusagen auf eurem Gerät abgelegt habt. Gut, dann haben wir weiter Wipe. Hier können wir Advanced Wipe machen. Da haben wir Delvig-Cache, System, Data, Internal Storage, das ihr wahrscheinlich nie brauchen werdet, Cache und USB-OTG. Und hier können wir Datei-Systeme reparieren, falls sie beschädigt sind. Und hier können wir einfach swipen, um es zu bestätigen. Können Data formatieren, damit werden alle eure Daten gelöscht. Die virtuelle SD-Karte ist dann weg. Da müsst ihr die Yes eingeben. Und hier können wir FinFact Reset swipen. Da werden alle Apps gelöscht und das System dann auf die Standard-Einstellungen wiederhergestellt. Aber eure internen Daten bleiben noch da. Also was wie Fotos zum Beispiel. Wir haben hier eine Möglichkeit für Backups von dem Kernel, dem System, den Daten und dem Cache. Wir machen jetzt einfach mal ein System-Backup. Ich zeige das mal. Wir können eine Encryption machen. Das heißt, wir können das Ganze verschlüsseln. Machen wir das einfach mal testweise so. Und wir können nur sagen, wohin es gespeichert werden soll und ob es komprimiert werden soll. Und das dauert ein bisschen. Ich überspringe das jetzt einfach mal ganz schnell. Funktioniert aber ein- und frei. Auch wie gesagt, wenn es eine Welle dauert. Und nun sind wir fertig. Wir gehen jetzt einfach wieder zurück. Das Ganze, was wir gespeichert haben, müssen wir dann auch über TWRP wiederherstellen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel dieses Backup. Und da können wir dann swipen, um das System 1 zu 1 wiederherzustellen. Das ist einfach ein komplettes Backup der Partition. Wir können hier Partitionen mounten. Also einhängen. Das brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Zumindest ich habe es noch nie gebraucht. Aber es ist die Möglichkeit. Settings. Wir haben hier ZIP-Dateisignatur. Löschen statt Formatieren. MD5-Generierung überspringen. Erzwingen. 54 Stunden nur verwenden. Stimmt jetzt nicht ganz, weil die Zeitzone nicht stimmt. Die man einstellen kann übrigens. Zeige ich gleich nachher. Und etwas für Theme-Testing. Hier haben wir die Zeitzone. Einstellen. Ist halt jetzt gerade falsch. Ist egal. Wir haben hier einen Bildschirm. Wir haben hier Screen-Timeout-Zeit. Wenn sich der Bildschirm ausschaltet. Die Helligkeit. Wie hell der Bildschirm sein soll im Recovery. Wenn wir das Ganze zurücksetzen wollen. Wenn man es wieder erfunden hat. Gehen wir auf Restore Defaults. Und hier haben wir noch die Dauer der Vibration. Wenn man etwas drückt. Ja. Gut. So. Dann haben wir noch Advanced. Da können wir Log-Dateien auf die SD-Karte kopieren. Rechte fixen. Einen File-Manager haben wir. Wir haben Terminal-Commands. Hier können wir den Start-Orden auswählen. Dann gehen wir einfach auf Select. Unten rechts. Und können hier Terminal-Befehle eingeben. Wir können nun das Theme neu laden. Wobei ich jetzt nichts geändert habe. Deswegen ist es gleich. Und ADB-Sideload aktivieren. Beziehungsweise hier starten. Und das Letzte was wir noch haben. Ist Reboot. Wir können mit dem System booten. Ausschalten. Recovery oder Bootloader. Gehen wir einfach mal mit dem Bootloader. Und hier sind wir wieder zurück. Also zusammengefasst kann man sagen. TWRP ist ein Custom Recovery. Man benötigt ihn um Dinge zu flashen. Das Teilsystem zu speichern. Zu reparieren. Etc. Das ist einfach eine Art Verwaltungssoftware. So wie bei Windows. Wenn ihr die CD einlegt. Dass ihr das System beheben könnt. Ohne dass ihr einen PC benötigt. Oder alle eure Daten verliert. TWRP unterstützt Verschlüsselungen. Was andere Recoveries nicht machen. Das heißt man kann. Bei OneParts One jetzt nicht. Weil es dann Probleme gibt. Aber bei anderen Geräten. Die Datei. Also die Partition entsperren. Beziehungsweise entschlüsseln. Und dadurch dann eben weiter Sachen flashen. Obwohl das ganze Dateisystem verschlüsselt ist. Und das geht halt normalerweise eben. Mit normalen Recoveries überhaupt nicht. Ansonsten muss ich sagen. TWRP ist mein Lieblings Recovery. Es ist wirklich wirklich praktisch. Hat mir schon einige Male. Mein Hintern gerettet. Und ich kann es nur empfehlen. Und ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Wer mehr wissen will. Soll es sich einfach mal einlesen. Google ist euer Freund. Und ich hoffe dieses Video hat jetzt in diesen paar Minuten. Einiges erklärt. Und zumindest den hauptsächlichen Umgang. Den die Basics von diesem TWRP Recovery erklärt. Danke fürs Ansehen. Daumen hoch wenn es euch gefallen hat. Und ein Abonnement kann dir auch nicht schaden. Wenn ihr weitere Videos in diesem Bereich sehen wollt. Vielen Dank.